Heute ist der 11.11. und das bedeutet nicht nur Fasching ab 11 Uhr, sondern auch Singles Day und das ist das Gegenstück zum Black Friday. Hier gibt es wieder jede Menge Angebote. Weltweit schließen sich hier mehrere Händler diesem Angebotstag an, der seinen Ursprung in China hat und eben das Gegenstück zum Black Friday sein soll. Auch in Deutschland gibt es ein paar Händler, die hier mitmachen. Amazon war im letzten Jahr nicht dabei. Die hatten im Verlauf des Tages ein paar Blitzangebote. Sollte hier etwas Interessantes dabei sein, werde ich euch bestimmt im Verlauf des Tages noch informieren. Wir starten aber jetzt mal hier beim Müller und zwar Müller macht hier mit, da haben wir dran stehen, 20% auf alles. Sternchen, ja. Das ist gestern schon gestartet und geht bis morgen. Ausgenommen sind hier Artikel, wie wir lesen können, wie zum Beispiel Hörspiele, Hörbücher, dann Bücher, Zeitschriften, Smartphones und Konsolen. Also da muss man nochmal genau hier gucken. Außerdem ist diese Aktion erst ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro gültig. Das haben wir hier im Einkaufskorb und das Ganze soll dann auch nur online stattfinden. Ob das vielleicht auch in der Filiale trotzdem, in der einen oder anderen Filiale gilt, das weiß ich nicht. Das müsste man herausfinden. Wäre natürlich eine geile Sache. Und hier kann man dann auch mal gucken auf der Seite vom Müller. Da habe ich zum Beispiel mal gefiltert nach Steelbox. Ja, wir sind ja hier im Filmebereich und können hier auch mal gucken, ob wir da ein paar Sondereditionen abstauben können. Da sind einige noch verfügbar. Wie wir hier sehen können, sind noch ein paar interessante Sachen dabei. Ja, auch hier John Wick oder Mission Impossible im Steelbook und auch der Pate Rocky ist hier auch mit am Start. Und dann haben wir hier wirklich noch einige Artikel, die verfügbar sind. Leider sind aber die neuesten Artikel hier nicht mehr verfügbar. Entweder schon ausverkauft, weil das Ganze schon seit gestern gilt. Oder das haben sie einfach so schon rausgenommen, wie zum Beispiel Resident Evil. Ja, hier die 1 bis 4 Collection. Mandalorian Vorbestellartikel, das dürfte eigentlich klar sein. Aber jetzt eben so interessante Sachen wie Gran Turismo zum Beispiel im 4K Steelbook oder der Exorzist. Das wäre natürlich hier jetzt mal richtig geil gewesen. Gleich zum Start weg noch etwas ersparen zu können. Leider nicht verfügbar, auch Bloodspot nicht, auch Scream nicht und auch noch weitere Artikel hier. Ja gut, das wären jetzt hier Vorbestellerartikel gewesen, ja. Aber auch, wie gesagt, die neuesten Veröffentlichungen. Guardians of the Galaxy wäre natürlich auch interessant gewesen. Aber die sind leider nicht mehr verfügbar. Und Smile. Dann haben wir hier noch ein paar andere Artikel und zwar Mediabooks. Da habe ich danach gefiltert. Da ist eigentlich noch ziemlich viel hier verfügbar. Und da kann man durchaus was sparen jetzt. Zum Beispiel mit Jackie Chan und Drunken Master oder auch Eden Lake. Also da gibt es wirklich noch fast alles, was verfügbar ist. Man merkt, die Steelbooks sind halt irgendwie gefragter gerade. Ja, und hier könnt ihr ewig lang runterscrollen. Und ich habe das Ganze dann auch mal getestet, nachdem ich hier geguckt habe, wie schaut es denn aus mit normalen 4K. Ja, 4K Keepcase Varianten sind ja auch interessant. Hätten wir Mac 2 oder hier auch sogar noch Avatar und so. Und dann habe ich das Ganze einfach mal probiert und mir in den Warenkorb gelegt. Und zwar haben wir hier Feast, das Mediabook, Cover A und auch Sleepy Hollow ist ja zuletzt rausgekommen. Hier die Keepcase Variante sowieso reduziert von 29,99 Euro auf 24,99 Euro. Und jetzt hier in dieser Aktion kann man zum Beispiel hier in Kombination, weil wie gesagt, wir brauchen 50 Euro Mindestbestellwert im Warenkorb, kann man hier richtig etwas sparen. Ihr seht es, der Anfangspreis 54,98 Euro, wir sind über 50 Euro. Dann Filial-Lieferung, das Ganze in die Filiale liefern. Dann haben wir Rabatt 11 Euro und sparen hier dann insgesamt 11 Euro. Also das ist durchaus eine interessante Aktion beim Müller. Auch Mediamarkt und Saturn sind mit dabei beim Singles Day. Wir sehen es hier, wie lang die Aktion noch gültig ist. Und da kann man, wenn man denn nach ein paar Elektrowaren und Artikel sucht, richtig sparen. Egal, ob das jetzt Handys sind oder auch Kameras, aber auch Fernseher sind jede Menge im Angebot. Und da gibt es auch ein paar richtig tolle Angebote. Nicht jedes Angebot ist jetzt das Beste, das es hier im Verlauf des Jahres gab. Das ist natürlich klar. Egal, ob das jetzt auch beim Computer ist oder bei den Bildschirmen. Aber wenn man hier mal ein bisschen stöbert, dann kann man durchaus ein paar richtig tolle Angebote und Schnäppchen machen. Allein hier bei den Kameras habe ich schon mal nachgeguckt. Ja, und ein bisschen verglichen, was ich zum Beispiel in der Vergangenheit bezahlt habe. Also da sind schon ein paar richtig tolle Sachen dabei. Leider nicht dabei der Pocket 3, auf den ich jetzt hier gehofft habe. Aber dann schauen wir mal, vielleicht ist er beim Black Friday mit dabei. Das wäre nämlich eine super Sache, wenn der hier im Angebot wäre. Alle Filme und Musik sind hier auch aufgelistet, wie ihr sehen könnt. Aber da ist jetzt kein spezielles Angebot mit dabei, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt super. Das sind für mich eigentlich hier nur Normalpreise. Und gucken wir mal da oben drauf. Ja, 11-fach Punkte kann man hier abstauben. Aber das ist jetzt nichts Großartiges, wo ich sagen muss, wow, dafür mache ich jetzt einen Singlestam. Singlestam. Also schaut hier gerne vorbei beim Mediamarkt und Saturn. Und sollte sich im Verlauf des Tages noch was ändern, sollte Amazon hier noch nachziehen. Ein paar Blitzangebote raushauen, die eventuell interessant werden. Werde ich euch informieren, entweder mit einem Video oder wie immer mit dem Community-Tab. Dafür ist er eigentlich auch ganz gut geeignet. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Zuletzt habe ich ja über das Terrifier The Bloody Duo Double Feature 4K-Stilbook aus Großbritannien berichtet. Da gab es noch kein Vorschaubild von dem finalen Produkt. Jetzt haben wir hier das komplette Stilbook abgebildet. Vorderseite und auch Rückseite. Schaut okay aus. Vom Hocker reißt es mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist in einem gemalten Stil, welcher mir persönlich jetzt nicht sonderlich zusagt. Aber die Geschmäcker sind natürlich verschieden. In diesem Stilbook ist Teil 1 und Teil 2 dabei. Beide diesmal in 4K. Also der erste Teil feiert hier somit seine 4K-UHD-Weltpremiere. Weltpremiere veröffentlicht wird das Ganze zum 29. Januar 2024. Kostenpunkt sind 45 Pfund. Das ist ungefähr 51 Euro nach aktuellem Kurs. Und da kommen dann nochmal Versandkosten mit dazu von 4 Euro. Also so roundabout 55, 56 Euro. Ein deutscher Ton ist hier allerdings nicht vorhanden. Und um das Ganze hier abzuschließen, haben wir dann auch noch den Innenprint. Der ist natürlich wieder richtig cool. Und ja, also falls ihr euch das Ganze importieren möchtet, könnt ihr das über Amazon UK machen. Die liefern ja bekanntermaßen nach Deutschland, Zavi und HMV leider nicht. Dann haben wir hier noch einen neueren Film mit Nick Cage. Und zwar zum 23. Februar 2024 wird dann noch Butchers Crossing veröffentlicht. Das ist ein Film basierend auf einem Roman von John Edward Williams. Und wir haben hier den jungen Studienabbrecher Will Andrews, der im Jahre 1874 eben das große Abenteuer sucht, in die Welt hinaus zieht und sich dann einem Jäger anschließt. Gespielt eben von Nicolas Cage, der eine Horde Bison jagt. Und dabei kommt es dann zu einigen gefährlichen Situationen. Es gibt auch hier auf IMDb schon einen Trailer. Da haben wir das Ganze hier abgebildet. Eine Bewertung gibt es auch schon. 5,9 von 10 bei über 1000 Bewertungen. Das klingt jetzt recht solide. Nichts weltbewegendes. Und guckt man sich den Trailer dann mal auch an, dann sieht es auch schon ein bisschen nach Standardkost aus. Der Film erscheint auf DVD, auf Blu-ray und auch in 4K plus Blu-ray. Wer es unbedingt haben muss. Also da ist die Auswahl dann groß. Und wie gesagt, Veröffentlichungsdatum ist dann der 23. Februar 2024. Außerdem haben wir noch einen spannenden Cop-Thriller namens Muscle Canine Narcotics Unit mit Aaron Eckert hier. Dabei spielt er einen Cop, der zusammen mit seinem vierbeinigen Partner Ace in Los Angeles bei einem Einsatz in einen Schusswechsel gerät. Dabei wird sein Partner tödlich verletzt, weshalb er dann auch völlig ausrastet und versucht, den Schützen ausfindig zu machen. Aber er wird suspendiert. Und so versucht er dann hier auf eigene Faust mit Hilfe eines weiteren Polizeihundes, der allerdings ein paar Macken hat, den Täter ausfindig zu machen. Und zusammen werden sie dann auch noch im Verlauf des Films eine Verschwörung aufdecken. So zumindest lautet der Inhaltsangaben-Text. Guckt man mal hier auf die Vorschau-Bilder, dann sieht das alles recht solide aus. In einer kleineren Nebenrolle haben wir dann auch noch Stephen Lang. Und ansonsten scheint es hier so, dass Aaron Eckert hier eine recht gute Figur macht. Hat sich super gehalten, wenn man die Bilder mal anguckt. Und ich erwarte hier einen recht soliden Cop-Thriller. Also dafür sollte er es schon reichen. Veröffentlichungsdatum ist dann der 23. November 2023, also in ungefähr zwei Wochen. Dann kann man sich Muscle Canine Narcotics Unique mit Aaron Eckert im deutschen Heimkino angucken. Am selben Tag veröffentlicht Turbine Medien dann noch eine etwas abgespecktere Version zu Knight Rider. Und zwar haben wir hier die komplette Serie auf 20 Blu-Rays plus Bonus Blu-Ray. Ja, das sehen wir hier. Preislich sind wir dann bei 99,95 Euro. Was fehlt, sind dann eben die ganzen Goodies aus dieser 40-jährigen Jubiläumsaktion und dann auch die Filme wie zum Beispiel Knight Rider 2000, Knight Rider 2010 und die Team Knight Rider Serie. Preislich kostet das Ganze auch dann doppelt so viel. Ist aber immer noch verfügbar im Turbine Shop. Aber wie gesagt, für Fans, die einfach nur die Serie haben wollen, in ihrer Sammlung gibt es dann hier die etwas abgespecktere und günstigere Version ab dem 23. November 2023. Außerdem gab Turbine bekannt, wann das Veröffentlichungsdatum von Pearl im 4K Ultra HD plus Blu-Ray Steelbook ist. Das wird der 30. November sein. So schaut das Ganze nochmal aus. Ein sehr schickes Steelbook. Und auch Renfield wird am selben Tag veröffentlicht werden. Das sind wir hier. Veröffentlichungsdatum 30. November 2023. Hier liegt der Film ebenfalls in 4K Ultra HD plus Blu-Ray vor. Da gibt es dann aber auch noch einen Schuber mit dazu. Dann haben wir noch ein paar Veröffentlichungen, die sich leider vom Datum her nach hinten verschoben haben. Das Ganze hat produktionstechnische Gründe, wie es heißt. Und hier hätten wir zum einen The Roundup mit Don Lee im 4K Ultra HD plus Blu-Ray Mediabook von Cape Light Pictures. Da ist jetzt das Veröffentlichungsdatum auf den 4. Januar gesetzt worden. Außerdem wurde auch noch Dog Soldiers im 4K Ultra HD plus Blu-Ray Steelbook verschoben. Und zwar auf den 18. Januar. Und dann hätten wir noch Diabolik wird gejagt in der Special Edition mit Comic. Der Film oder die Veröffentlichung, besser gesagt, wurde verschoben auf den 29. November 2024. Also, das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe Blu-Ray Deals und News. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, meine lieben Filmfreunde. Macht es gut, auf bald und Servus.